Jedes Jahr nehmen sich fast 10.000 Menschen in Deutschland das Leben. Das sind mehr Tote als Verkehrsunfälle, Drogenmissbrauch und Aids zusammen. Bei jungen Menschen ist Suizid sogar die zweithäufigste Todesursache. Sie nehmen sich ihr eigenes Leben, weil sie verzweifelt sind, weil sie Hilfe brauchen, weil sie Kopfstruggles haben, Depressionen, weil sie keinen Ausweg mehr wissen. Dabei gibt es Wege daraus. Es gibt Hilfe. Hilfe, die Suizide verhindert. Es gibt Freunde und Freundinnen und Familie, Psychotherapie, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Krisenhotlines, Apps und Onlineangebote, die Menschen in Krisen zur Seite stehen, die Warnsignale erkennen, die zuhören, die Freunde fürs Leben sind. Und genau darüber wollen wir reden. Wir klären auf. Wir informieren uns und euch. Wir wissen, dass es Signale gibt. Wir achten darauf. Und wir wissen, dass es Hilfe gibt. Und wo. Wir wissen, wie man helfen kann. Was man tun kann. Darüber reden. Zuhören. Und nachfragen. Nicht abtunen. Ernst nehmen. Darüber reden. Wir sind Freunde. 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 Freunde fürs Leben. Wir helfen, Suizide zu verhindern. Sei auch du ein Freund fürs Leben. Sei auch du eine Freundin fürs Leben. Informier dich. Achte auf dein Umfeld. Und hilf uns, Suizide zu verhindern. Rede darüber. Also. Richtig. Untertitelung des ZDF, 2020